Hallo liebe Steinbock-Geborenen und willkommen bei Chanmacht-Tarou. Ich habe hier Karten auf dem Tisch für den Monat März 2024 und ich möchte mir gerne mit euch gemeinsam anschauen, was euch im genannten Zeitraum erwarten könnte. Wissen was habe ich schon vorgelegt, um mir so einen kleinen Überblick zu verschaffen und damit wir einen schnelleren Einstieg finden. Es folgen noch weitere Karten. Die Legung ist allgemein gehalten kann und wird hier nicht auf jeden Einzelnen zutreffen. Links sind die Karten für Steinbock, rechts für das Gegenüber bzw. stehen diese Karten für die Energien, die von außen auf den Steinbock zukommen. Die Rollen können auch vertauscht sein. So, ich beginne jetzt hier mit diesen zwei Orakelkarten. Ich habe hier einmal die 30 und hier steht Wahl. Ja, lieber Steinbock, es steht eine große Entscheidung an im Monat März. Du wirst diese Wahl treffen. Du wirst deine Entscheidung verkünden. Aber es liegt an dir. Also du hast hier zwei Möglichkeiten. Wir sehen einen Weg und wenn du hier links abbiegst, ist hier so ein halb geöffnetes Fenster und da sehen wir sowas wie ein Garten oder eine Landschaft. Auf jeden Fall ist hier Gras und so ein kaler Baum. Das sieht für mich aus, wie wenn ich momentan aus dem Fenster rausgucke in meinen Garten. Ja, also das ist so diese Szene nach dem Winter, nach der Winterkälte erwacht langsam wieder die Natur. Der Frühling ist im Kommen. Und hier die rechte Seite, wenn du hier diesem Weg folgst, ja so blaue Farben, das sieht mir aus wie Eishügel, Eisberge, vereiste Landschaft, wie tiefster Winter, Berge, Hügel, auch Einsamkeit assoziiere ich damit. Also es geht darum, du triffst hier eine Wahl und je nachdem, welche Wahl du triffst, landest du entweder hier oder hier. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Reimt sich sogar. So, dann haben wir hier Ordnung schaffen mit der 21. Die 21 steht ja im Tarot für die Weltkarte. Und das ist die letzte große Arcana. Danach fängt es wieder mit dem Narren an. Danach ist man am Nullpunkt und fängt etwas ganz Neues an. Neustart, Neubeginn. Also, und dafür wird etwas Altes abgeschlossen. Man schließt hier sozusagen ein Kapitel. Man macht Ordnung. Man schafft Ordnung und weiß, wo dann alles liegt. Man weiß dann, woran man dran ist, ja. Womit man zu rechnen hat. Ich weiß nicht, ob das hier ein Rehbock ist oder ein Hirsch. Ich denke mal, dieses Tier soll dich symbolisieren, weil wir haben hier so Felsenhügel. Und der Steinbock, der klettert ja auch sehr gerne in große Höhen, so steinige Gefilde. Das mag der Steinbock sehr gerne. Und dieses Tier hat hier so einen Staubwedel oder so einen Besen in der Hand. Hier sehen wir auch Staubkörnchen. Du räumst auf. Du hast genug vom Chaos. Du möchtest aufräumen. Du willst klare Verhältnisse. Und deswegen wirst du hier eine Wahl treffen im Monat März. So, aber kommen wir jetzt hier zu den Tarotkarten. Die Legung startet hier mit Neun der Münzen. Bei Neun der Münzen ist man irgendwie so ein bisschen auf sich alleine gestellt, ja. Und man mag das auch. Also du sagst, ich bleibe lieber Single oder ich halte mich lieber zurück. Ich will mich nicht in irgendwas reinfriemeln lassen, was ich hinterher bereuen könnte. Du hältst dich zurück. Du machst dein Ding alleine. Du bist selbstständig. Du wirst auch auf niemanden angewiesen sein. Bei einigen hat das hier seinen Ursprung darin, dass es im Vorfall irgendwo Missverständnisse, Komplikationen oder auch Streitigkeiten gab. Deswegen sagst du, oh nee, ich habe genug davon. Ich mache hier mein Ding lieber alleine. Auch weil hier die Gehengte direkt daneben ist. Deine Welt steht momentan etwas Kopf. Du kannst etwas nicht einschätzen. Du bist hier in der Blockade. Du hängst hier irgendwo fest. Und möglich auch, dass du dein Gegenüber nicht so richtig einschätzen kannst. Du wartest hier auf etwas oder du wurdest in so eine Warteschleife gesetzt. Und schon alleine deswegen hältst du dich hier zurück. Weil du sagst, das ist mir unangenehm. Da fühle ich mich nicht wohl. Da bin ich ja handlungsunfähig irgendwo. Aber ich sehe hier mit diesem Ast der Schwerter, dass du hier deine Wahl treffen wirst. Du wirst eine Entscheidung treffen. Du wirst etwas aussprechen. Du wirst sozusagen sauber machen. Das Ast der Schwerter ist hier auch das Ast der Klarheit. Du möchtest hier Klarheit schaffen. Egal, ob der andere hier mitzieht oder nicht. Du machst es wenigstens für dich. Also für dich selbst machst du hier Ordnung und schaffst du hier Klarheit. Dann ist hier direkt daneben ein Ast der Kelche. Und das ist umgekehrt gekommen. Bei den Kelchen geht es ja sehr stark um Gefühle, Emotionen, Herzlichkeit und auch Herzenswünsche. Und das Ast ist aber umgekehrt gekommen. Ja, also da, weißt du, ich sehe hier so verschiedene Szenarien. Du könntest hier so knallauffall, also so radikal diese Klarheit einfordern, dass du dabei deine Emotionen komplett boykottierst. Dass du quasi über deine Gefühle hinweg den Kopf entscheiden lässt und sagst, okay, ich will jetzt hier vernünftig sein. Gefühle hin oder her, die haben mich bisher nicht weit gebracht oder mir nur Probleme bereitet. Ich ziehe das Ding jetzt durch und werde jetzt hier für mich einen Cut machen, einen Strich machen und egal, was danach kommt. Könnte aber auch sein, hier mit diesem Ast der Schwerter und mit diesem umgekehrten Kelch, dass du jemanden in eine Kommunikation verwickelst, in ein Gespräch verwickelst, wo du jemandem mit gewissen Schachzügen in der Kommunikation, mit gewissen Worten etwas entlocken möchtest und dadurch Klarheit bekommst. Dass du quasi irgendwie sehr süß und vielleicht auch, dass du sehr weich und sehr nachgiebig, sehr tolerant auftrittst im Gespräch mit jemandem, dass du jemandem suggerierst, pass auf, du bist hier bei mir gut aufgehoben, du kannst mir vertrauen, sag mir doch einfach die Wahrheit. Und dass du mit dieser Art und Weise der Kommunikation letztendlich für dich zu einer Klarheit kommst, weil ich habe hier den Eindruck, mit dem Gehengten fällt es dir schwer zu verstehen, was will der andere oder wie geht es jetzt hier überhaupt weiter. Also beim Gehengten ist man auch immer irgendwo abhängig vom Verhalten des anderen. Vielleicht ist man das nicht tatsächlich, aber man fühlt sich gefühlt abhängig vom Anderen. Wie der andere reagiert, was der andere sagt, sagt der andere ja, sagt der andere nein, was will der andere, ja. Und das willst du irgendwie auflösen, weil du willst sauber machen, du willst den klaren Schnitt machen und danach, egal ob mit Liebe, mit Gewinn oder Erfolg oder mit Verlusten, du willst einfach wissen, woran du bist und dann weitermachen. Hier auf der anderen Seite sehr viele Kelchkarten und auch hier die hohe Priesterin, hast du es mit dem Wasserzeichen zu tun, Fische vielleicht. Aber dieser Mensch könnte hier starke Fische Aspekte haben, vielleicht Mond, Venus oder Aszendenten Fisch. Ja, dieser Mensch ist sehr stark mit seinen, ihren Gefühlen beschäftigt, ist deswegen auch etwas unsicher. Und weil wir hier die hohe Priesterin haben, denke ich, hängst du hier irgendwo fest, weil die hohe Priesterin, die spricht nicht alles aus. Also könnte ich hier auch für einen Mann stehen, ja, bitte nicht auf die Geschlechter achten. Die hohe Priesterin ist sehr geheimnisvoll. Die gibt so gewisse Zeichen, die sagt so ganz wenig und dabei sagt sie ganz viel. Wenn man denn auf diese feinen Töne achtet. Die hohe Priesterin kann dir eigentlich alles verraten, wenn du genau hinhörst und zwischen den Worten lesen kannst. Aber die hohe Priesterin ist nicht so feurig, dass sie reingeschnallt kommt und sagt so, so und so ist es. Hier die Fakten auf dem Tisch. Mensch, das macht die nicht. Die kann das auch gar nicht. Das ist nicht die Art und Weise einer hohen Priesterin. Das sind mehr so sanfte Töne. Kleine Blicke, Gesten, die aber was ganz Großes symbolisieren. Sechs der Kelche möglich, dass du diese Menschen schon lange kennst. Dass es hier keine neue Verbindung ist, um die es hier geht. Es geht bei sehr vielen hier um die Liebe, weil wir haben so viele Kelchkarten. Jemand hängt hier an der Vergangenheit. Jemand wünscht sich so alte Zeiten zurück. Und möchte sozusagen dieses alte Gefühl der Liebe, der Zugehörigkeit, der Heimat vielleicht auch wieder erleben mit diesen zwei der Kelchen. Möchte da wieder aufgehen in diesem Gefühl. Aber hier kommt diese Verwirrung mit sieben der Kelchen. Ich denke mal, hier ist jemand verwirrt und durcheinander. Aufgrund der Art und Weise, wie du hier agierst, wie du hier kommunizierst. Das macht jemanden sehr stark durcheinander. Und ich habe hier sechs plus zwei Kelche. Ich habe hier acht der Kelche. Entweder geht es darum, dass jemand zu dir zurück möchte. Ja, ein Ex-Partner, eine Ex-Partnerin. Oder dass jemand sich für etwas Neues entscheiden will. Das aber, wenn das der zweite Fall ist, trotzdem irgendwie von dir abhängig macht und das neue Glück auch geheim hält. Also wenn sich jemand für etwas Neues entscheiden möchte, dann will dieser Mensch auf gar keinen Fall, dass du das mitbekommst. Also zumindest nicht im Detail. Erzählt nichts darüber. Weil da im Außen nicht so viel drüber rausposaunen. Das ist mir hier noch zu allgemein. Ich muss das hier mal erklären. Mit einem weiteren Deck. Ja, die hohe Priesterin. Das ist schon mysteriös. Schauen wir mal. Ui, da ist er schon. Der Name. Okay. Die Kraft. Die Welt. Oh, da zeigt sich die Weltkarte. Was ich vorhin gesagt habe. Hier, du räumst auf, weil du hier einen Abschluss haben möchtest. Du sagst, ich habe genug. Ich will nicht mehr darüber nachdenken. Ich will nicht deswegen schlaflose Nächte erleiden. Ich möchte einfach mich frei fühlen und ich fühle mich erst frei, wenn ich hier das ganze Ding aufgeräumt habe. Die hohe Priesterin, die hohe Priesterin, nun auch bei dir. So, so. Page der Kelche, acht der Münzen. Königin der Schwerterin und der Magier. Ja, lieber Steinbock. Wie gesagt, hier bei dir diese ersten vier Karten. Du hältst dich sehr stark zurück. Du sagst, ich will hier neu anfangen. Du selber bist aber irgendwo mitverantwortlich dafür, dass du hier festhängst. Weil du dich immer wieder zurückhältst. Eigentlich hast du hier Gefühle oder Wünsche, die du aber nicht so offenbarst. Zeigst du nicht nach außen, was in dir vorgeht. Wir haben unter diesem Ast der Kelche, haben wir diese hohe Priesterin auch bei dir. Auch du hältst dich sehr stark bedeckt. Also ich habe das Gefühl, beide Parteien halten sich hier irgendwie im Versteck auf und haben irgendwelche Erwartungen und Wünsche an das Gegenüber. Es wird aber nicht so richtig kommuniziert, beziehungsweise wird nicht das kommuniziert, worum es geht. Hier das Ast, der Schwerter und die Weltkarte. Du willst Klarheit. Ja. Nur wie kommst du da hin? Also ich sehe, dass du hier sehr stark deine eigenen Gefühle unterdrückst. Und wenn du etwas aussprichst, dann redest du sehr hart, sehr harsch. Und sagst, ich will nur Fakten, ich will die Wahrheit. Es fehlt hier sozusagen die Weichheit. Die ist ja bei dir. Also im Inneren hast du ja diese Weichheit, aber du hast nicht den Mut, das nach außen zu sagen, was wirklich in dir vorgeht. Also beide erwarten vom anderen irgendeine Reaktion. Dein Gegenüber? Sechster Kelche und Page der Kelche. Möchte dir hier irgendetwas sagen. Aber traut sich nicht so richtig. Also dein Gegenüber traut sich nicht so wirklich dir was zu sagen. Und hier mit sieben der Kelche und dem Magier hat jemand vielleicht auch versucht, lange Zeit durch ein sehr komisches Verhalten dich zu etwas zu bewegen. Jemand hat selber sich versteckt, sich vielleicht auch widersprüchlich verhalten, um bei dir etwas zu erwirken. Diese vier Karten, zwei der Kelche, hohe Priesterin, acht der Münzen und die Königin der Schwerter. Jemand weiß nun, was er sie möchte. Und jetzt sehe ich hier wirklich zwei Szenarien. Wenn du eine gewisse Vergangenheit mit diesen Menschen hast, ja, ihr wart lange Zeit zum Beispiel ein Liebespaar oder ihr wart verheiratet, dann möchte dieser Mensch hier weiter fortfahren, möchte darauf weiter aufbauen, was ihr bisher zusammen erreicht habt. Wenn ihr euch erst seit kurzem kennt, sagen wir mal, du hast hier jemanden kennengelernt und ihr hattet hier eine kurze Beziehung, dann kam wieder irgendwas dazwischen und jetzt fragst du dich, wie geht es hier weiter? Oder es gab sogar vorher bei deinem Gegenüber eine Partnerschaft oder jemand kommt aus einer Ehe, ist frisch geschieden. Könnte auch hier darauf hindeuten, dass jemand da wieder zurück möchte und dir das irgendwie sagen will. Also jemand möchte hier zu einem gewissen Status Quo zurückkehren, kann und will das nicht so richtig kommunizieren, traut sich nicht. Und entweder bist du dieser Status Quo, wenn ihr eine gemeinsame Vergangenheit hattet, oder falls ihr, wie gesagt, da keine gemeinsame solide Basis bisher aufgebaut habt, es aber jemanden im Vorfeld schon gab vor dir, dann will dieser Mensch dorthin zurück. Ja, aber du willst hier endlich Klarheit, du willst hier Tacheles, du willst so nicht weitermachen, du willst hier nicht weiter rumbaumeln und warten, das möchtest du nicht mehr. Gut, schauen wir mal, wie geht es hier weiter für dich? Zehn der Münzen ist aber umgekehrt gekommen. Och, jetzt seht ihr das gar nicht, Moment. Die Herrscherin. Ritter der Kälte. König der Münzen. Fünfter Schwerter, der Gehängte. Vierter Münzen und Page der Stäbe. Ja, lieber Steinbock, also ich habe das Gefühl, du bleibst hier hart. Weiterhin keine wirklich guten Kelchkarten hier bei dir. Wenn es um die Liebe geht, da haben wir einmal das umgekehrte Ars der Kälte und hier ist nur der Ritter der Kälte. Und der Ritter der Kälte, der ist so, ja, ich sage dir mal Hallo, ich gehe mal mit dir essen, aber ich habe immer meine Schutzausrüstung dabei, immer meinen Helm und vielleicht auch kugelsichere Weste. Also du bleibst sehr, sehr vorsichtig. Ja, du bist jetzt nicht so kratzbürstig unterwegs, aber du hältst dich hier ziemlich bedeckt, weiterhin. Hier ziehen der Münzen umgekehrt. Zehn der Münzen umgekehrt und hier der König der Münzen. Du willst hier Sicherheit haben. Du willst auf der sicheren Seite stehen, egal was du hier tust. Du willst hier nichts riskieren. Und ich habe das Gefühl, dass du hier dir wirklich so einen Schutzpanzer zulegst. Oder dass du dich hier an Sachen, Dingen und Menschen erfreust, die dir sehr viel Stabilität geben. Aber du bist hier sehr zufrieden, sehe ich. Ja, mit der Herrscherin. Also du lässt dich hier in Zukunft nicht mehr vom Anderen beeinflussen. Ja. Du sagst, ich bleibe bei dem, was ich kenne, was sicher für mich erscheint. Du willst hier kein Risiko eingehen, habe ich den Eindruck. Und du triffst hier für dich die Entscheidung, dass du für dich dein Leben so organisierst, dass es für dich passt. Und dass du hier sozusagen gesichert bist. Du verpflichtest dich hier auch irgendwo. Du findest hier diesen Neustart. Und du machst es dir irgendwo gemütlich. Also du schlägst irgendwo Wurzeln, habe ich den Eindruck. An einem Platz, wo du dich sehr sicher und aufgehoben fühlst. Dein Gegenüber wird dann, ja, selber in diesen gehängten Modus kommen. Daraufhin wird dann selber nicht wissen, was zu tun ist. Wird hier sich sehr stark zurückziehen und auch wütend werden. Ich sehe hier eine gewisse Wut beim Gegenüber. Dass du hier immer noch so reserviert bist und dich eigentlich mehr darauf fokussierst, dein Leben hier für dich so zu gestalten. Also du entscheidest dich, denke ich mal, für etwas anderes oder für jemanden anderen. Ja, langfristig. Und das wird dir dein Gegenüber verunsichern, stark verunsichern. Und dieser Mensch wird sich dann auch in Zukunft andersweitig orientieren. Aber festhalten tut dieser Mensch trotzdem irgendwo noch an dir. Also im Außen wird dieser Mensch sich anders verhalten und was anderes tun. Aber dieser Mensch wird trotzdem weiterhin an dir festhalten. Ja. Also da ist nicht alles verloren. Selbst wenn du dich hier gegen entscheidest. Ich sehe bei dir sehr wenig Kelchkarten beziehungsweise nicht die Kelchkarten, die kommen müssten, wenn es um etwas Privates, etwas geht, was mit Liebe zu tun hat. Da ist einfach zu wenig da. Entweder, weil du zu wenig fühlst oder weil du es nicht zulassen möchtest. Ja. Ja, deswegen kann man das ja nicht. Lieber Steinbock, ich lasse das mal so stehen. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren März. Macht's gut und vielleicht bis bald wieder. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.